Gesang des verdorrten Orangenbaums Holzfäller, schneid von mir den Schatten, Befreid mich von Folter, mich ohne Früchte zu sehen. Was wurd ich zwischen Spiegeln geboren? Es wendet der Tag sich von mir, Die Nacht äfft mich nach in all ihren Sternen. Ich will leben, doch mich nicht sehn, Von Ameisen und Distelflaum träumen, Dass sie mir Blätter und Vögel sind. Holzfäller, schneid von mir den Schatten, Befreid mich von Folter, mich ohne Früchte zu sehen. Holzfäller, schneid von mir den Schatten, Befreid mich von Folter, mich ohne Früchte zu sehen. Einem unbelebten Gegenstand wird ein Bewusstsein für seine Lage angedichtet. Auf diese Weise haben wir einerseits eine Rühmung des Dings, wie es Rilke in seinen Ding-Gedichten betreibt, Und andererseits einen bildlichen Ausdruck dafür, Wie manche Menschen ihr Dasein empfinden. In Tolstois Krieg und Frieden ist es der Fürst Bolkonski, Der seine Lebenssituation in einem bestimmten Baum gespiegelt sieht. Was wurd ich zwischen Spiegeln geboren, Es wendet der Tag sich von mir, Die Nacht äfft mich nach in all ihren Sternen. Die Spiegel im übertragenen Sinne sind der Tag und die Nacht, Die offenbar auf die Nutzlosigkeit des Baums Mit Verachtung oder gar Spott reagieren. Ich will leben, doch mich nicht sehen. Sehen würde der Baum sicher im Schatten, Der deshalb verschwinden soll. Von Ameisen und Distelflaum träumen, Dass sie mehr Blätter und Vögel sind. Im Spanischen gibt es ein Wort für alle fliegenden Pflanzensamen, Die sich wie Pappeln oder Disteln dafür eines haarigen Pflaumes bedienen. Im Deutschen muss man sich für eine Sorte entscheiden. Träumen soll also an die Stelle von Seen treten. Die Erkenntnisfähigkeit, auf die eigene Lage bezogen, Soll verschwinden, damit man sich Illusionen hingeben kann. Das war's für alle fliegende Pflanzensamen, Das war's für alle fliegenden Pflanzensamen, Außerdem war's für alle fliegenden Pflanzensamen, Vielen Dank.